Der hat Lust bei einem Klangenexperiment, Matzemann. Mein Name ist Amma und ich bin ein 17 Jahre alt Zauberin. Ich mache am 6. Februar und finde eine gratis Online-Show live aus dem Kaufmagazin der Lützebursch. Ich bin schon ganz gespannt, wie das geht. Das wird nämlich mein allererstes Online-Show sehen. Wenn der also Loloche der Bank Online-Zauber schützt, zusammen mit Mehrhut, dann melde ich nur uns. Ich hoffe, wir sehen uns. Okay, ich freu mich noch wie euch. Alle, ciao, ciao! Ich bin schon ganz gespannt, wie du schon mal machst. Ich bin schon mal eine Qualität so lange, nicht einig, dass ich schon mal.